es ist groß hier es ist groß hier und unterirdisch groß und unterirdisch und irgendwie kommt ja kommt ja nirgendwo rein ich habe gedacht das wären alles türen hey mikrofon raus war da was kann ich da irgendwie schon irgendwie abhören ob da was war da komme ich nicht rein da brauche ich noch irgendwas da fehlt da fehlt es mir noch an kompetenz um da rein zu kommen oder sagen was das ist ein kleiner weißer fleck oh special ich habe irgendwas aufgenommen special wie ging das nochmal mit dem abspielen scheiße ähm äh ähm So Muss doch irgendwie Special, hab ich Ist da nix oder wat Introduction und scheiß brauche ich nicht Special Ne Ja Mhm 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 Okay, 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 okay. Okay, okay, also ich hoffe, ich habe es jetzt richtig verstanden, die werden dann dahin geschrieben, die Nachrichten, wenn ich welche habe, aber da ist nichts, nothing, special, außer wenn es das ist, special, dann wurde nur das Wort special, special, egal, 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 weiter geht's, also vorausgesetzt, ich komme weiter. Klingt auf jeden Fall nicht gut. Da ist ein Schloss auf dem Boden. Kann ich nicht verneinen, aber, ah, ich habe Munition, keine spitze Munition, aber ich kann damit mal, wie kann ich denn die Munition aussuchen? Ja, das kriege ich bestimmt noch mit. Auf jeden Fall kann ich da schon mal ein bisschen mit rumballern. Ich kann, oh, oh, hier ist ja nichts, wie komme ich denn jetzt weiter? Also, um die wirklich fiesen Geister abzuwerden, brauche ich Spitzgeschosse. Hängen in Branches. Hängen in Branches. Okay. Ich komme hier aber nicht weiter. Wenn die Stimmen mir jetzt wenigstens erzählen würden, geh jetzt da hin, geh hier hin, mach dies, mach das, würde ich sagen, gut, habe es geschnallt. Ich brauche den Schraubenzier. Ich brauche den Schraubenzier. Wahrscheinlich auch nicht. Klingt unheimlich. Auf jeden Fall. Schon eine verschissene Gänsehaut. Ja, ich komme jetzt hier nicht weiter, ne, das nervt mich mal ab. Ja, ich habe nichts, mir fehlt alles. Ich habe Munition, kann ich damit irgendwas abknallen? Die Schlüssel oder was? Ach, das ist nicht nur ein, ach, da liegt, da liegt nur ein Schloss, obwohl, da ist natürlich eine ganze Fall, eine ganze Falltür dran an dem Schloss. Kann ich hier abknallen, die Dinger? Das war's? Das, das war, äh, das war der große Knall? Das war's? Hm. Hm. Hm, 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 hm. Hier komme ich nirgendwo rein, Mann. Ich komme nirgendwo rein, kann nichts machen. Dreh, drei Tro-la-la. Und schon hänge ich fest. Hier gibt's kein Werkzeug mehr. Ich habe auch gar keins. Da. Kann ich hier zeigen, Tür. Hier, Schloss, guck mal. Ach. Ja. Da, nix drin. Nix drin in der Tasche. Ich versuch's noch mal. Ha, nimm das, du Schloss. Jetzt guckst du blöd, wa? Was könnte mir denn noch fehlen? Irgendein vernünftiger Schlüssel? Ein Schloss? Irgendwann so ein Rohr, um was aufzuhauen. Hatte ich doch eben schon eins. Wieso hat die das dann nicht mitgenommen? Wofür hat die so eine scheiß Tasche? Ich versuch's. I-MOMM empfiehlt. ... Nee. Okay. Na gut, ein Schlüssel, ein Schlüssel, ein Schlüssel, ein Schlüssel. Ist er das nicht? Ist er das nicht? Dann, dann, geh schnell nach oben und benutze da meinen Schalalalüssel. Nope, yes. Gut, klettern wir hier auch nochmal runter. In die tiefsten Ecken dieses Vergnügungsparks. Das hätte ich auch nicht ganz verstanden. Ist auch vielleicht gut so. Fragt sich, wofür das hier alles heutzutage so gebraucht wird. Ich bin hier nicht gerade so kleiner. Klingt unheimlich. Ich habe gedacht, ich hätte hier gerade so kleine weiße Pünktchen gesehen. Dann weiß man ja immer, dass da so ein... Gut, neuer Gaskanisser, dann wird geballert. Bobby, es gibt zwei Arten von Munition. Harmlos, aber man kann irgendwas damit umknocken. Und das andere ist Nägel. Und ja, man kann damit auch Geister oder irgendwelche Personenschattenartigen Wesen mit weggnallen. Nimm doch mal. Ja, ich kann es mir anscheinend nicht aussuchen. Kann ich nicht nochmal die Munition wechseln oder so? Ne, keine Ahnung. Hm. Also ich hätte schon gerne die spitze Munition dabei, aber zur Not hole ich mir die gleich. Ich weiß ja jetzt, wo sie liegt. Hier ist noch so ein Döschen. Gut. Hier ist alles Mögliche, was man... Was man braucht. Und da oben, da geht auch noch die Post ab. Also gehe ich erstmal hier lang. Jede Menge von den Teilen, Alter. Und auch noch irgendwas. Kann man die nicht auf Vorrat mitnehmen? Da kommt irgendwas näher. Ich sehe es aber nicht. Doch, da... Oh. Oh, scheiße. Völlig dunkle Wolke. Die hat mich fertig immer. Na gut. Na gut. Weil wenigstens was passiert, wenn... Und hast du nicht gesehen? Fand ich jetzt schon ein bisschen... Mies. Ein bisschen mies. Kann ich nicht zwischen den Munitionen hin und her schalten? Mies. 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 Toll, toll, toll. Ja, ich würde ja gerne jetzt welche von dieser Munition mitnehmen. Zumindest schon mal einen. Vielleicht kriege ich jetzt gleich diesen Shadow damit besänftigt. 25 und näher kommend. 21, 21, 13. 23, 24. 24, wo ist es Alter, es kommt wieder von oben. ein leeres viereck und voll ausgemalter kreis und leid was ist das geile nutzlos spielzeug einfach nur da passiert doch was okay halt an kann man kann man sich endlich mal die hände waschen ist ja auch voll dreckig hier kann ich nicht rein ich meine das hier kann die man kann man ja mit der knarre regeln da kann ich da einfach mal irgendwie drauf ballern auf den hebel mit so einem mit einem stöckchen und dann steinchen und dann ist alles gut jetzt noch mal gucken ob hier oben irgendwas ist ja dieser ein oder ausgang ist auf jeden fall zu da hat sie recht so noch ein schlüssel geil geil noch ein schlüssel und wieder oben für die tür oder da vorne denke ich mal nicht für da vorne hier aber ich probiere es erstmal ich bin ja um die ecke nope kann man nicht laufen kann man nicht laufen die madame läuft mir ein wenig zu lahm sagen langsam nein gut kein schlüssel oder schlüssel passen nein ich habe keine nein jetzt kommen über diese geister ich nehme natürlich gerne am liebsten die dingens munition mit überredet wo ist das? Wo ist das Vieh? Wo ist das? So noch einer weniger viel Oh Gott Ich hab nicht mehr Button, ja, Knopf, wo? Da oben? Gut. Oder auch nicht. So, erstmal nochmal einen von denen mitnehmen. Kann ich nicht. Das haben die extra gemacht, ne? Das macht das Spiel so schwer. Dass du nur mit einem von... Immer nur eine Möglichkeit hast. Dass du nicht unterwegs sagen kannst, die Munitionsart wird gewechselt. So, den Schlüssel habe ich. Raining. Regen. Oder es regnet. Puh, 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 puh. Hilfe, Hilfe. Da hinten ist irgendwo dieser Knopf. Von diesen Döschen gibt es auf jeden Fall genug hier. Da sind Nägel. Habe ich mir auch erstmal wieder einen von. Ein weiteres Krankenhausbett. Ein weiteres Krankenhausbett. But nothing, nothing else here. Sonst nichts, sonst nichts. Oh. Da sind viele medizinische Bücher. Für Anfänger. Wie versteht man Teenager? Do-it-yourself-Check-Ups. Jede Menge Kram. Jede Menge. Kann ich hier durch? Button, button, button. Jetzt muss ich aber nochmal... ...da hinten hin. Gucken, ob ich da nicht von außen das irgendwie geregelt kriege. Mit dieser... Mit diesem beweglichen Teil hier. Dieses bewegliche, hübsche Instrument, was uns von A nach B fährt. Dieses welches. Okay, also ich muss hier... Aber ich müsste ja da zuerst nach oben kommen. So wie es aussieht. Dann kann ich mich von da aus da rüber fahren. Was mir dann auch nichts bringt. Oder andersrum. Oder komme ich nicht hoch? I don't get it. Ja, button, button. Da muss ich irgendwie dran an den button. Ich komme aber auch nicht... Na? Hey. Ach, der geht ja gar nicht bis da hinten durch. Ist ja auch bescheiden. I don't get it. Das ist mir jetzt zu hoch. Also, ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe da oben drauf irgendwie... Nee, oh, ich hab gedacht, ich kann jetzt echt mit dem Auto fahren, Mann. Na, nochmal. Nee, geht nicht nochmal. Ach, muss repariert werden. Ah. So sieht's aus. Muss repariert werden, muss repariert werden. Now I got it. Ein bisschen, a bisschen more. Jetzt hab ich ein bisschen mehr geschnallt. Ehrlich gesagt nicht. Häng hier immer noch fest. Ja, ich bin ein bisschen mehr geschnallt. 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 Ja, ich bin ein bisschen mehr geschnallt.